Mein Name ist Bernd Stubenrauch, ich bin in Plauen 1947 geboren, wohne seit dieser Zeit hier, habe meine Schulausbildung hier genossen, habe das Studium in einer benachbarten Stadt in Reichenbach, habe eine Diplomatenausbildung, bin dann in einen Ingenieurbürobetrieb gegangen, von diesem Ingenieurbürobetrieb in den weltgrößten Stickereibetrieb, Plauener Spitze. Dort haben wir wieder unserer Regierung vieles selbst gemacht, ohne uns nach diesen politischen Vorgaben aus Berlin zu richten. Wir waren ein Unternehmen, welches in der gesamten Welt verkaufen durfte, zu unseren Preisen. Wir haben nie unter 1 zu 1 kalkuliert. Wir haben zum Beispiel Mode nach Saudi-Irabien verkauft, Brautmode. Da sind die Leute extra von dort nach Berlin gekommen, haben sich die Kollektionen angeschaut, die sie vorher zu Leipziger Messer gesehen haben. Also wir waren als Unternehmen im Maßstab der wirtschaftlichen Ausrichtungen der DDR eine Ausnahme. Also geboren 1947, so die ersten 10 Jahre, kann man nicht so richtig nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe die Polytechnische Oberschule besucht, 10 Jahre, anschließend das Abitur, gleichzeitig mit Berufsausbildung, anschließend ein Studium, dann in einem Ingenieurbüro und von einem Ingenieurbüro in den weltgrößten Stickereibetrieb. Ich habe es schon erwähnt. Wir hatten eigentlich überhaupt keine Probleme bis 1982. Bis 1982 ist die Wirtschaft in der DDR stetig gestiegen, Wohnungsbauprogramme, die Unternehmen, die Betriebe hatten genügend Menschen, die hatten genügend Material zum Produzieren. Aber nach dem Jahr 1982, ich kann das persönlich berichten, ich saß immer in Leipzig zu den Leipziger Messen früher oder Herbst, wenn das Politbüro uns die Planvorgaben gegeben hat, wo wir immer noch den Kopf geschüttelt haben, weil nach 1982 fast nichts mehr ging. Das gab jetzt einen Grund dafür. Die DDR hat das billigste Erdgas und das billigste Öl aus der Sowjetunion damals bezogen. Und aufgrund unserer Devisenknappheit wurde dieses Öl und dieses Gas dann an die Bundesrepublik Deutschland zu Weltmarktpreisen verkauft. So ist es damals alles auch in der Presse und auch im Fernsehen, im Westfernsehen dokumentiert worden. Und von dieser Zeit aus ging es mit der Wirtschaft in der DDR bergab, stetig bergab. Wie gesagt, ich komme aus einem Großbetrieb, unsere ganzen Betriebe Leipzig, Dresden, Blauen waren alle mit Gas, ein einfaches Beispiel, mit Gasheizungen ausgestattet. Wir mussten über Nacht die Gas- oder die Ölheizungen entfernen, um auf Braunkohle umzustellen. Also das war schon für uns ein Zeichen, das wird nicht mehr lange wirtschaftlich ausreichen, den Staat zu halten. Das war damals so und es hat sich auch bewahrheitet. Ich persönlich war nicht daran beteiligt. Ich war seit meinem 17. Lebensjahr Mitglied der Partei damals, der SED. war nach meinem professionellen Fußball, ich habe professionell Fußball gespielt in der DDR. Da hatten wir natürlich viele Vergünstigungen. Ich bin eingezogen worden hier in Blauen. Ich lebte in Blauen, wurde eingezogen nach Blauen, um hier weiter Fußball zu spielen. Also ich habe eigentlich von Armee nichts mitbekommen. Und wo wir wieder zurück in unsere Unternehmen kamen, wurde gefragt, wenn du jetzt schon so einen Vorteil hattest, nicht zur Armee zu müssen, dann überlege dir einmal zur Kampfgruppe zu gehen. Und seit dieser Zeit waren wir Kampfgruppe, ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das ist, sollte es zu einem Krieg kommen, waren die Kampfgruppen dann befohlen, ihre Unternehmen zu verteidigen. So war da eigentlich der große Auftrag. Und an diesem besagten 7. Oktober kam früh um 5 ein Telefonanruf, eine Alarmauslösung, mit der Begründung, sich am Standort einzufinden. Dort wurde sich umgezogen, dort wurde der Befehl ausgeteilt oder die Information, dass in Gera, unweit von uns in Thüringen, eine Polizeidienststelle überfallen wurde und dort Waffen entwendet wurden und wir vorsichtig und unsere Unternehmen schützen sollten. Wir sind dann in unserer Volkspolizei-Kreisamt und da haben wir schon uns gewundert, dass wir keine Waffen in Empfang nehmen durften. Wir sind also vollkommen nur mit Uniform hier ins Rathaus. Ich stand hier unten im Rathaus. Auf früh ungefähr so 7 Uhr. Es hat sich nichts getan und um 11 und 12 rum sind wir wieder abgezogen. Dann kam eine Einheit aus Aue und wir haben dann, mein Schwiegervater hat an diesem Tag Geburtstag, wir haben dann Nachmittag gefahren, dass ab Nachmittag in Plauen die Demonstrationen waren. Meine Frau kam aus Karl-Marx-Stadt damals gefahren. Sie war zur Messe und man hat sie nicht nach Plauen reingelassen. Sie kam ziemlich spät zu dieser Geburtstagsfeier und da wussten wir erst einmal, was los war. Aber ich muss noch etwas dazu sagen. Wir waren ein Betrieb mit 10.000 Beschäftigten der VÖP-Planerspitze. Und wo die Ausreisewelle begann und die Ausreisewelle ging hier durch Plauen, Automobilschlangen durch die ganze Stadt. Da hat ein Freund von mir und ich ein Flugblatt im Betrieb gedruckt. Da stand das Wort von Hanna Wolf, die ein Buch geschrieben hat drauf. Bleibt hier, wir brauchen euch. So war das. Dann haben wir 1.000 Flugblätter gedruckt und sind an die Grenze nach Bad Brambach gefahren. Und haben dort jeder, der ein solches Flugblatt entgegengenommen hat, ihnen das Flugblatt gegeben und mit ihnen diskutiert, wer mit uns diskutieren wollte. Weil wir durchaus in der Lage waren, ein neues, eine neue DDR aufzubauen. Nicht mit diesen politischen, administrativen Befehlen, die wir erhalten haben. Sondern die Leute wollten freier leben. Die wollten aufgrund der Nachbarschaft zu Hof. Wir hatten eine Städtepartnerschaft mit Hof. Die wollten einfach reisen. Und am Anfang hieß es ja auch Reisefreiheit. Und das war eigentlich in Plauen unheimlich gut organisiert. Ich bin heute mit den Leuten noch gefreundet, die das damals organisiert haben. Wir sitzen morgen Abend wieder im Konventgebäude, weil wir eine sogenannte Friedensinitiative gegründet haben. Weil wir mit der jetzigen Situation auch nicht zufrieden sind. Wir sind nicht weit von einem Krieg entfernt. Und ich glaube, wir können froh sein, dass 89 das alles, die Menschen so vernünftig waren. In Plauen unser Pfarrer, der die Leute beruhigt hat. Und die Disziplin der demonstrierenden Leute. Ich muss sagen, wir können alle ein Kreuz darüber schlagen, dass das so gut ausgegangen ist. Und wir ein einheitliches Volk geworden sind. Aber jeder weiß, dass wir auch jetzt heute Probleme haben. Und wir werden alle sehen, wie wir weiterkommen müssen. Wir sehen an unser Plauen. Wir sind ländliches Gebiet. Wir sind nicht gerade die Region, die sehr mit Fördergeldern unterstützt wird. Wir brauchen Industrieansiedlung. Wir müssen Gewerbesteuern integrieren. Ich bin auch Stadtrat und Mitglied des Kreistages. Jede Kommune arbeitet nur aufgrund von Gewerbesteuern. Wir haben noch viel vor uns. Und deshalb hoffen wir, dass wir auch in Zukunft Industrie nach Plauen bekommen. Und vor allen Dingen auch junge Leute. Ab nächstem Jahr, 1. Januar 2025, ist Plauen ein Hochschulstandort. Das ist also auch eine gute Angelegenheit für unsere Stadt. Auch vom Image her. Wir werden sehen, wir kämpfen dafür, dass unsere Stadt jeden Tag schöner wird. Und der Kollege hat ja gesagt, dass Plauen eine wunderschöne Stadt geworden ist. Da gibt es viele Eigeninitiativen von Unternehmen, von Hausbesitzern. Und wir sind eigentlich ganz froh, unter den 65.000 leben zu dürfen. Ich hatte es kurz erwähnt. Wie gesagt, Grundschule, zehn Klassen. Dann gab es in der DDR eine wunderbare Ausbildungssache. Das hieß Berufsausbildung mit Abitur. Du konntest dein Abitur machen, konntest gleich einen Beruf erlangen. Dann kam das Studium dazu, drei Jahre. Dann war ich natürlich in diesem großen Betrieb, der international auf der Bühne stand, auch bekannt. Oder wir als Plauener Spitzenmitarbeiter waren bekannt. Und 1974, 75 kam dann der Auftrag, eine diplomatische Ausbildung aufzunehmen. Meine Familie sollte 1977 nach Angula. Da war schon alles bereit, alle Pässe und alles erledigt. Unsere Tochter war damals sechs, sieben Jahre alt. Da ging aber der Krieg in Angula los. Und da war natürlich diese wirtschaftspolitische Laufbahn, die ich einnehmen wollte, für mich erledigt. Und bin in meinem Betrieb geblieben, im VW Planer Spitze. Und unser Betrieb hat bis 1989 weit über 33 Goldmedaillen bekommen. Wir waren, wie gesagt, in der Welt der größte Stickereibetrieb mit über 10.000 Beschäftigten. Und dort als Werkdirektor zu fungieren, war bestimmt keine leichte Aufgabe. Wir waren anerkannt, vielleicht auch noch etwas nach der Wende dann zu erklären. 1997 bin ich persönlich von der Bundesregierung beauftragt worden, nach New York zu fliegen in die UNO, um dort vor diesen 1.000 Diplomaten, damals mit dem Außenminister Dr. Klaus Kinkel und unserer Plauener Spitzenprinzessin, um dort eine Ausstellung zu demonstrieren. Das war für uns Plauener, für unseren Industriezweig Plauener Spitze die größte Auszeichnung. Wir haben zu DDR-Zeiten wahnsinnig viel gearbeitet und unsere Mitarbeiter hervorragend bezahlt. Sie haben alle 25% höhere Grundlöhne bekommen, was in den anderen Industriezweigen nicht war, weil wir eben sehr viel exportiert haben und zu sehr hohen Exportwerten. Wir haben als Betrieb VWs gefahren. Wir durften VWs kaufen, weil wir für unseren Industriezweig so viele Valuten angehäuft haben, dass wir auch einmal Förderungen stellen konnten. Weil ja wir unheimlich viele Warentransporte hatten in der DDR. Sodass wir dann, wenn wir in Berlin darum gebeten haben, haben die gesagt, okay, Stubenbrauch kommt nach Berlin, dann klären wir das. Und das war für uns eine Auszeichnung, muss ich sagen. Und wir waren doch stolz, in einem solchen Betrieb arbeiten zu dürfen. Und wenn man das heute sieht, wie die ältere Generation wie ich versucht hat, das ihren Kindern begreiflich zu machen, was dieser Industriezweig eigentlich für uns bedeutet, da gibt es eben sehr wenige. Wir waren nach der Wende über 70 Unternehmen, über 70 Unternehmen. Und sind vielleicht heute noch sieben bis zehn. Also der Name Blauen, Spitzen statt Blauen, hat schon etwas gelitten. Alleine durch die zurückgefahrene Industrie. Nein, ich durfte nicht. Ich war Reisekater, ich hätte sogar mit Auto fahren dürfen. Ich hatte auch meinen Pass, ich hatte ja wie gesagt, ich hatte ja auch die Diplomatenlaufbahn und durfte keinen einzigen Tag, außer 1989, ein paar Tage vor dem 7. Oktober, haben wir in Stuttgart, ich habe das auch, ich habe darauf gewartet auf so eine Frage, mit, da gab es 87 in Leipzig zur Messe eine Unterhaltung, der Konzernchef Salamander AG Kornwestheim, Schuhe, Salamander ist bestimmt ein Begriff. Die hatten der DDR zugesagt, eine Ausstellung in Stuttgart zu sponsern. Die Ausstellung sollte heißen, künstlerische Textileproduktion aus der DDR. Und da sagte der Dr. Dazert zum Minister, wenn Sie das dieses Jahr nicht organisieren, dann ziehen wir unseren Sponsorenvertrag zurück. Und da hat der Minister mich angeschaut und hat gesagt, der Herr Stubenbach organisiert das. Ich musste meine Hochzeit verschieben, alles, und habe dann in Stuttgart dort die Ausstellung vorbereitet. Das war mein einziger Einsatz, den ich in der Bundesrepublik Deutschland hatte. Und wenn ich Ihnen sage, und das auch voller Ehrlichkeit, wo dann die Wende vorbei war, wo alles deutsche Einheit, habe ich mir einen Mut zusammengenommen und habe meine Unterlagen bei der Götterbehörde, also Staatssicherheit, organisiert. Ich habe das alles mit. Und ich habe Tage gebraucht, Tage gebraucht, das zu begreifen, was mit uns gemacht wurde, die sich den Arsch aufgerissen haben, dass es hier in der DDR besser wird. Ich hatte alleine 15 IMs. 15. 15. Die besten Freunde dabei. Die besten Freunde. Wenn mir einer gesagt hätte zu DDR-Zeiten, dass wir, die so viel auch wirtschaftspolitisch Geld geschafft haben, Ansehen in der Welt geschaffen haben, dass man uns so misstraut, Ich glaube, ich hätte den in den Blauen die Friedensbrücke hinunter gestürzt. Das hätte ich nicht verkauft. 15. 15. Ich habe auch kurz Tennis gespielt. Mein Tennisschläger musste repariert werden. Das ist meine Frau nach Chemnitz nach Karmalkstadt gefahren. Da steht alles hier drin mit Fotos und alles, 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 alles. Und da stand auch drin, in der Unterlage steht auch drin, warum ich nicht fahren durfte. Wir hatten ja Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland. Ich habe den Bräutigam, den ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland persönlich gut gekannt. Wir waren per Du. Wir haben in Gera vor dem ganzen diplomatischen Chor der Bundesrepublik Deutschland Modenschauen gemacht. Die Diplomaten haben eingekauft in Berlin, werden ja in Berlin auch eine Außenstelle. Und man hatte einfach Angst, dass wir drüben bleiben oder irgendetwas. Ich weiß es nicht. Ich kann es heute noch nicht wahrnehmen. Wir haben nie etwas Negatives gemacht. Das ganze Gegenteil. Wir waren mit unseren Kollegen und Kolleginnen, das waren, überlegen Sie sich, 10.000 Menschen, Leipzig, Dresden, Blauen und die ganzen Dörfer, wo unsere Stickmaschinen standen. Wir hatten untereinander nie ein Problem. Wir waren zu Konfirmationen eingeladen, und wir waren zu Jugendwein eingeladen, zu Geburtstag. Und dann musst du erkennen, dass dir null Vertrauen entgegengebracht wurde. Null. Gar nichts. Und eigentlich deine Lebensleistung zu DDR-Zeiten zunichte gemacht wurde. Und das ist schon sehr traurig. In dem Augenblick kann ich das nur bestätigen. Selbstverständlich. Ja, Freiheit ist für mich, wenn ich mich bewegen kann, wie ich gerne möchte. Das war unter den Bedingungen bis 1989 leider nicht möglich. Wir hatten keine Devisen, die Leute reisen lassen. Wir hatten Angst, dass die Leute wegbleiben. Das war ja der Hauptfrust in der DDR. Dann Freiheit zu verbinden, auch mit Reisefreiheit. Freiheit ist ja einmal das höchste Gut, was man hat. Dass man selbst entscheiden kann, ich möchte nach Österreich Ski fahren. Oder ich möchte an den Gardasee schwimmen. Das hat man ja den Menschen verweigert. Aber ich sage noch einmal, bis 1982 hat man das ja nur zumindest begriffen, weil das auch in der DDR aufwärts ging. Es gab die Südfrüchte, es gab wirklich vieles. Aber dann war es kaputt. Ab 1982 war es am Ende. Und dann haben die Leute natürlich diesen innerlichen Wut, diesen Drang nach Freiheit immer mehr verspürt, wenn sie ihre Verwandten nicht besuchen konnten. Das war natürlich diese Haupttagsorge. Der Drang nach Freiheit und das erste Plakat, was man heute auch in den Medien sieht, also die Filme, die damals gedreht wurden, Reisefreiheit, war das erste Plakat. Ja, also es kam mir nicht in den Sinn, auch mit meiner Familie aus der DDR auszureisen. Wir waren, Sie können es vielleicht nicht verstehen. Ja, von Kind auf, mein Vater war 1954 als Betriebsdirektor in diesen Betrieb gegangen. Und ich kam als Nachfolger 1974 dort rein. Verstehen Sie? Das ist Familientradition, das ist Familiengeschichte. Und das Land verlässt man nicht, wo man immer geglaubt hat, Mensch, wir machen doch was Gutes. Wir machen doch was Gutes. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, das werde ich nie verheimlichen, Wir hatten gewisse Vorteile. Die Bürger mussten zehn Jahre auf ein Auto warten. Ich musste nur fünf Jahre warten. Verstehen Sie? Nur fünf Jahre. Aber die Überlegung, aus der DDR wegzugehen, kam in unserer Familie nie auf. Ja, das war ein Vorteil. Da gab es dann auch teilweise Neid. Erfolg produziert auch Neid, logischerweise. Als Kandidat aufgenommen worden, du musstest ein Jahr kandidieren und dann musstest du entscheiden, ob du Mitglied wirst. Und dann gab es eine riesengroße Versammlung und okay, den Stubenbrauch vertrauen wir und er darf. Ich muss Ihnen aber auch eines dazu sagen, ich habe heute noch mein Parteidokument. Ich habe nichts vernichtet. Weil ich mein Enkelkind, der ist 33 Jahre, vor allem erstmal meiner Tochter, die ist 53, und meinem Enkelkind das alles erklären wollte. Ich habe meinen Pionierausweis, ich habe meine DDR-Fahrerlaubnis, ich habe meinen Wertdienstausweis, deutsch-sovetscher Freundschaft, was es damals alles gab, ich habe nichts vernichtet. Weil man so etwas, erlebt man ja im Leben einmal, so eine politische Situation wie 1989, dass zwei Staaten zu einem Staat zusammengewachsen sind. Und da sollte man das aber auch nicht vergessen, was man in der anderen Zeit, wo man herangewachsen ist, wo man seine Ausbildung hatte, seinen Beruf, seine Arbeit hatte, das kam mir nie in den Sinn, alles zu vernichten. Okay, ich sage das nur einmal. An diesem Tag stand ich oben in Bad Brambach und habe die Flugblätter verteilt. Die Flugblätter von Hanna Wolf, bleibt hier, wir brauchen euch. Es hieß ja auch damals, es muss alles umgewandelt werden, wir bauen die DDR anders auf, mehr Demokratie, Reisefreiheit, alles. Das hat ja dann erst zur deutschen Einheit in den ganzen Monaten dahin geführt, wo dann Leipzig dazu kam. Ja. Ich bin nach Hause gefahren, von Bad Brambach, rein in die Wohnung, nimmt mich meine Tochter und meine Frau in Empfang und setze mich aufs Couch und in Berlin war die Mauer geöffnet. Das war am gleichen Tag, wo ich in Bad Brambach stand und die Flugblätter verteilt habe. Wisst ihr, wie es, was in einem Menschen dann vorgeht? Du stehst mit Leuten an der Grenze, die die DDR verlassen, sprichst mit ihnen, dass sie sich das nochmal überlegen oder das, was sie brauchen, um neu anzufangen. Das war schon in dem Augenblick schon ein ziemlicher Schock, wo ich gesehen habe, aber es ging nicht anders. Sie werden nicht wissen, welcher Druck, welche Fehler die DDR-Regierung gemacht hat. Der hat das Reisegesetz vereinfacht, dann mussten die Leute ins Polizeikreisamt, mussten Stempel holen. Die Regierung hat den Druck immer mehr erhöht durch ihre blödsinnigen Entscheidungen. Und es war dann nur dieser Sprachfehler von Schabowski in der Pressekonferenz, wo er gefragt hat, ab wann ist die Grenze offen, ab jetzt, ab sofort. Und dann ging die Ausreise wieder los. Aber erfahren habe ich das an dem gleichen Tag, wo ich in Bad Brambach an der Grenze stand und Flugblätter verteilt habe, dass die Menschen, wir brauchen die Menschen, wir können nicht alle weg, wir müssen neu anfangen, wir müssen hier unter uns eine Revolution ausrufen. Und dann kam ich nach Hause und habe gesehen, dass die, das war in dem Augenblick, war es ein Schock aber angenehm, hat uns vieles erspart. Also ich bin ja nicht mitgelaufen, aber ich habe Freunde, die mitgelaufen sind, die dann nach diesen Demos immer zu uns nach Hause kamen. Und die ersten Plakate ging es ausschließlich Redefreiheit, Reisefreiheit. Mehr Demokratie wagen in diesem Zusammenhang. Diese Wiedervereinigungsplakate, die herausgeschnittenen Staatswappen aus der DDR-Flagge, das war erst Wochen später oder Monate später. Von Anfang an hat noch keiner hier in Blauen an die Vereinigung dieser beiden deutschen Staaten gedacht. Das kam erst an der Reihe nach. Das war nicht von Anfang an. Da können Sie auch mit den Menschen sprechen, die damals die Flugblätter geschrieben haben, dass man sich am 7. Oktober hier in Blauen trifft, nachmittags oder ab Mittag. Es gab nie von Anfang an die Frage der deutschen Einheit. Das Denken hat sich verändert. Man hat ja gemerkt, dass der Staat handlungsunfähig geworden ist. Und wenn ich merke, dass ein Staat handlungsunfähig ist, dann stelle ich immer mehr Forderungen. Das war eigentlich auch legitim. Und wenn man daran denkt, was nach dem Krieg Deutschland eigentlich Vaterland, wir hatten ja auch in der DDR, gab es ja auch Plakate Wiedervereinigung unter Ulbricht damals, Quatsch unter Ulbricht oder Otto Grunewohl oder unter Wilhelm Pieck. Die deutsche Einheit stand nach dem Krieg trotzdem zur Diskussion. Aber die Parteiführung, ich sage einmal, ab Ulbricht, ab Honegger, damit war das erledigt. Da war die deutsche Einheit erledigt. Aber in Blauen, ich kann nur vom Blauen sprechen und auch nicht aus eigenen Seen, nur aus Erleben und aus Fotos, dass die ersten Plakate Redefreiheit und Reisefreiheit waren. Nicht früher für ihre Freiheit. Ich sagte es bereits, bis 1982 gab es keine Gründe dafür. Da ist der Lebensstandort gestiegen, die Menschen sind in neue Wohnungen gezogen, es gab viele Vergünstigungen, die Betriebe konnten bessere Löhne bezahlen. Es war ein Aufwärtstrend bis 1982. Dann kam das mit den Ölen, mit dem Gas, was ich bereits erwähnte, und ab 1982 ging es bergab. Die Stimmung war eigentlich schon immer nach 1982 Jahr für Jahr schlechter geworden. Weil man gemerkt hat, die Versorgung war nicht mehr so gut. Die Unternehmen haben nach Material gerufen, was es dann auch nicht mehr gab. Dann kam die Umstellung in den Unternehmen von Gasheizungen oder Ölheizungen auf Braunkohle. Man hat persönlich gemerkt, dass es schlechter geworden ist. Aber durch mutige Menschen und vor allen Dingen auch den Nachweis, dass 1989 die Wahlen manipuliert wurden, dann ist natürlich der Frust erst nochmal richtig groß geworden. Und das war eigentlich die Initialzündung für diese friedliche Revolution. Der Frust hat sich die ganzen Jahre aufgestaut. Und man braucht immer einen Grund, dass es explodiert. Entweder ein Streichholz oder irgendjemand, der das organisiert. Und das hat die Jahre gedauert, eben bis zu diesem sieben Doktor. Aber unzufrieden waren die Menschen ab 1982, 1983 wirklich. Also ich bin Mitglieder SPD seit 2000. Was sich jetzt abspielt oder was sich auch 1990 abgespielt hat mit der Deutschen Einheit über die Treuhand. Wenn man das alles live erlebt hat, wie ich. Wir wurden von der Treuhand an den größten, die größte Aktiengesellschaft der Bundesrepublik Deutschland verkauft, die Flugzeuge reinigt, Eisenbahnen reinigt und sonst was, Frankfurt am Main. Die mit uns nichts weiter vorhatten, als Grund und Boden zu erwerben und uns nach zwei Jahren ganz still und leise liquidiert hat. Man hat uns ostdeutsche ehemalige Direktoren dann gefragt, ob wir unseren Betrieb übernehmen möchten. Da hatte man aber schon alle Stickmaschinen in die Türkei verkauft. Da hatte man vor, den Namen der rechtlich geschütztes Blauner Spitze auch zu verkaufen. Das habe ich erfahren. Ich war Brokerist und Vertriebschef in der GmbH, die uns gekauft hat. Da bin ich zu Bietenkopf gefahren. Das war unser Ministerpräsident damals, ein Schormer, ein Wirtschaftsminister. Und habe ihnen eine Konzeption vorgelegt, wie wir, wie Meisener Porzellan, eine sogenannte Staatsholding haben wollen. 50 Prozent Kapitalbelegschaft, 50 Prozent Staat. Wurde für nicht uninteressant betrachtet. Aber da wusste ich nicht, dass es da familiäre Beziehungen gab zwischen meinem Aufsichtsratschef oder Vorstandschef. Und da bin ich nach der Frankfurter Taximesse entlassen worden. Da kam ich mit einem Auftrag von 250.000 D-Mark Firma Herdi zurück. Und abends oder nachts bin ich entlassen worden. Und dann haben wir vier Direktoren ehemals, haben dann die blaue Spitze den Namen gekauft. Und wir haben in der Summe nochmal das Gleiche bezahlt, was Sie an die Treuhand bezahlt haben, haben wir Ihnen wieder bezahlt. Und wenn ich dann nochmal auf Ihre Frage zurück, wie das dir frisst, das ging tausenden und abertausenden Unternehmen so in der DDR, die mir nichts, dir nichts verschwunden sind, weil entweder der neue Eigentümer Grund und Boden wollte, Namen wollte. Und dann gab es solche Leute wie uns, die gesagt haben, nein, wir lassen das nicht zu, wir lassen unseren Industriezweig nicht sterben. Die dann eben schon mal kurz eine Million D-Mark Krediten unterschrieben haben bei der Bank und die Produktion erhalten haben. Und der Frust heute ist noch auch noch ein Bestandteil dieser Tatsachen von 1990 an. Die Leute fühlen sich hier in Ostdeutschland schon in vielen Dingen schon etwas benachteiligt. Das geht bei den Löhnen los, wird bei den Renten auf. Unsere Infrastruktur, wenn Sie unsere Straßen anschauen, Sie sind bestimmt alle mit der Bahn gekommen. Ja, allein Blauen brauchen 300 Jahre, um unsere Straßen in Ordnung zu bringen. Wir haben das errechnet. Das frustriert natürlich auch Menschen. Und dann kommt so eine Partei wie die AfD, die alles besser weiß, die sofort wieder alle in Lohn und Brot bringt, die die Straßen in Ordnung bringt. Dann hat man natürlich als Partei AfD natürlich auch so viele Leute hinter. Das sind für mich Leute, ob die etwas ändern könnten, weiß keiner. Sie können reden und sie können Unruhe stiften unter der Bevölkerung. Und das ist das, wo wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen. Wir haben im Stadtrat der Stadtblauen zehn AfD-Leute gehabt 2019. Hochgebildete Menschen. Hochgebildete Menschen. Es gab nichts, keine einzige politische Diskussion in diesen fünf Jahren. Es gibt vielleicht auch vernünftige Leute unter denen. Aber die Spitze ist schon ein für mich persönlich aggressiver Ansatz, um Menschen zu manipulieren. Und ich denke, dass da auch sehr viele darauf reinfallen. Aber trotzdem, meine persönliche Meinung ist immer, hinsetzen, erst mal miteinander reden. Und wir haben in Blauen, und da können Sie jeden von diesen 42 Stadträten fragen, keine einzige politische Auseinandersetzung gehabt. Was ich denke, jetzt, wenn wir unsere, am 3. September die neue Legislaturperiode beginnt, mit den neuen Mitgliedern, die alten Mitgliedern hat man ja nicht mehr kandidieren lassen. Da kann ich mir heute schon vorstellen, dass das, was ich als noch relativ normal gesehen habe, eskalieren wird. Das sehe ich. Und das wird nicht gut sein für die Bürger in Ostdeutschland. Ja, vom Eingesperrtsein zur freien Entscheidung, was ich möchte, wohin ich fahren möchte, fliegen möchte, mit wem ich in welchen Ländern freundschaftliche Kontakte pflegen möchte, das bedeutet für mich Freiheit. Und Freiheit ist auch das Wort, frei sagen zu dürfen, was man denkt. Auch wenn man mit jemandem kollidiert, aber man darf seine eigenen Meinungen nie unterdrücken. Man ist unehrlich, wenn man das tut und schadet einem selbst. Und ich denke, manche machen das heute, oder es gibt viele Menschen, die ihre ehrliche Meinung unterdrücken. Und das war noch nie bei uns der Fall, war bei mir noch nie der Fall. Wir haben wahnsinnige Kritik geübt früher und üben genauso als Mitgliederpartei heute unserer eigenen Partei gegenüber sehr viel Kritik. Gerade was jetzt die Ukraine anbelangt mit diesem schlimmen Krieg, der dort stattfindet. Was ich der jungen Generation gerne empfehlen würde. Ausbildung, so viel wie möglich lernen. Lernen von anderen Menschen, auch andere Länder besuchen. Aber das Allerwichtigste für mich ist, nicht in so eine Wohlstandskultur einzutreten. Work-Life-Balance ist heute so ein wunderschöner Ausdruck. Okay, aber ich appelliere immer an die jungen Leute und glauben Sie mir, ich habe sehr viel Kontakt, sehr viel Kontakt. Ich appelliere immer daran, jede Möglichkeit der Ausbildung, des Lernens zu nutzen, um sich einen Beruf auszusuchen, der der Allgemeinheit gut tut. Lernt bitte, lernt bitte, lernt bitte. Und sucht euch Freundschaften, sucht euch Freundschaften. Wenn man das alles selbst erlebt hat, was wir alles gelernt haben, und es war nie etwas Falsches dabei, und das rate ich immer meinem Enkelkind. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da gehört natürlich ein Bildungsgrad dazu. Da gehört auch politische Qualifikation dazu. Das gehört alles dazu. Wenn ich in einem Land lebe, wo die Freiheit ganz groß geschrieben wird, muss ich auch wissen, dass die Freiheit das höchste Gut ist. Und das kann ich nur persönlich verteidigen, indem ich wirklich eine hochqualifizierte Ausbildung habe, mich mit vielen Menschen unterhalten kann. Ob die unterschiedliche Meinungen haben, ist vollkommen egal. Aber wichtig ist Qualifikation und Lernen. Ich sage nochmal. Und die Freiheit zu verteidigen, jeder sieht das natürlich anders, was Freiheit sind. Du siehst vielleicht die persönliche Freiheit. Andere sehen wieder die gesellschaftliche Freiheit, die politische Freiheit. Das ist eben alles sehr unterschiedlich. Aber noch einmal, ich gehe von mir aus, das Lernen ist das Allerwichtigste. Und Freiheit verteidigen, wie soll ich die Frage beantworten, Freiheit verteidigen. Also mit der Waffe in der Hand, sowas geht nicht. Mit Intelligenz muss man das tun. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gefangenheit in sich selbst. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich persönlich kenne so etwas nicht. Persönlich kann ich Ihnen die Frage eigentlich so nicht beantworten. Gefangenheit in sich selbst. Man müsste ja dann wissen, wie die Jugend generell tickt. Und es gibt solche Jugendlichen, die nicht bereit sind zu lernen. Es gibt solche Jugendlichen, die alles dafür geben, Arzt zu werden. Aber es gibt auch Jugendliche, denen alles egal ist. Und ich weiß nicht, ob die alle mit dem Wort Freiheit etwas anzufangen wissen. Das weiß ich nicht. Freiheit ist auch Cannabis jetzt zu rauchen. Aber Freiheit heißt auch, mir einen Beruf oder einen Studiengang auszusuchen, der für mich notwendig ist oder der für mich gut ist. Das ist auch Freiheit. Oder zu sagen, was ich denke. Es gibt so viele Möglichkeiten, über Freiheit zu sprechen. Also heute gibt es ja das Handy oder das Internet. Ich weiß nicht, ob die Jugend so viel liest, wie wir früher gelesen haben. Wo es kein Internet gab. Ich setze das voraus, dass sich die Jugend natürlich mit allen Möglichkeiten informiert und kundig macht, wie die Welt überhaupt funktioniert. Wie es in Südamerika aussieht oder wie es in Korea aussieht oder wie es in Russland aussieht oder in der Ukraine aussieht. Plus interessiert das noch, interessiert das in großem Maße die Jugend? Die Frage stelle ich mir manchmal auch. Wenn wir diskutieren und zusammensitzen, ist niemand an Jugendlichen unter 20 Jahre dabei. Das ist das, wo ich manchmal nachdenke. Interessiert sich die Jugend für den großen Begriff Freiheit so sehr? Sie haben ja alles. Sie können entscheiden. Sie können entscheiden, wo sie hinfahren. Sie können entscheiden, wo sie hinfliegen. Sie können entscheiden, welchen Lehrberuf sie machen. Wo ist denn dann noch einer obendrauf zu setzen bei dem Wort Freiheit? Was anderes gibt es? Freiheit ist das Recht des Individuellen zu tun und zu lassen, was er gerne möchte. Also wenn ich die heutigen Zusammensetzungen von Parteien sehe, kann es durchaus sein, dass es Gefahren gibt, die aber noch keiner nachprüfen kann. Es gibt kein Verbot von Parteien. Also wenn man solche Leute, zum Beispiel AfD sieht, die in Thüringen an der Parteispitze sind, dann sehe ich schon manchmal die Gefahr, dass es diktatorische Dinge geben könnte. Die Gefahr in einer Demokratie wie in Deutschland, wo das Grundgesetz das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt, wo die Verfassungsorgane, ob das die Innenministerin ist, genau weiß, was zu tun ist, um dieser Demokratie nicht zu schaden. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland eine Gefahr haben, dass die Demokratie aus dem Ruder läuft, von anderen unterdrückt wird. Ich möchte es einmal so sagen. Glaube ich nicht. Wir haben genügend Organe, die das verhindern können. Sollte es so etwas geben? Ja, es gab ja genügend Flüchtlinge, die aus der DDR weg sind. Das hat natürlich unter der Bevölkerung oder in den Arbeitskollektiven immer zu Aufruhr gesorgt. Das war für uns, die das nicht so gesehen haben, dass es ganz so schlimm war in der DDR. Man hat ja immer die DDR politisch gesehen, dass man keine Redefreiheit hatte, dass man keine Reisefreiheit hatte. Aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, wer nicht groß geworden ist dort. Die Leute haben gelebt, die hatten alles, die haben sich untereinander geholfen. Das war ein gutes Team. Teamarbeit gab es, sie hatten ihre Arbeit. Ich muss noch einmal darauf zurückkommen, auf 1982. Bis dorthin war jeder oder fast jeder bereit zu sagen, nee, mir geht es gut. Das war bis 1982 100 Prozent so. Ich habe das alles erlebt. Da ist auch über die Reisefreiheit nicht so dominant gesprochen worden wie 1989. Man konnte nach Ungarn, Bulgarien konnte ja nicht waren. Das ging erst los, wo das persönliche Leben verschlechtert wurde, wo die Menschen persönlich gemerkt haben, es gibt wirklich keine Banane mehr, es gibt keine Apfelsine mehr. Die Butter war rationiert teilweise. Da hat man am eigenen Körper gemerkt, dass es nicht mehr weitergeht. Und da hat man dann wirklich das Sieg des Sozialismus mit Recht gezweifelt. Und der Frust kam eben dann, wo es absolut noch schlimmer wurde. Und das war 1988, 1989. Da ging dann gar nichts mehr. Wenn ich daran denke, wir haben damals die ganzen Jahre Stickereigarne aus Brasilien gekauft. Und mussten dann aus der Sowjetunion kaufen. Das ging überhaupt nicht. Wir hatten zu viele Fehler in unserer Ware, dass wir wieder mit unseren erwirtschafteten Valuten wieder brasilianischen Baumwille gekauft haben. Da hat doch jeder gemerkt, es ist was nicht in Ordnung. Und wenn das Glas bis oben voll ist, läuft das irgendwann über. Und das war dann natürlich eine Frage der Freiheit. Jetzt setze ich das durch. Jetzt möchte ich von der Regierung wissen, dürfen wir irgendwann mal nach Hof fahren in unserer Partnerstadt? Dürfen wir sagen, was wir wollen, dass wir nicht mehr einverstanden sind mit der Wirtschaftspolitik in Berlin? Die Sozialpolitik hat sich keiner beschwert. Es hat sich jeder über die Wirtschaftspolitik beschwert. Mit Recht. Sozialpolitik, das Gesundheitswesen war in Ordnung, die Schulbildung war super. Da hat sich keiner drüber beschwert. Es hat sich jeder nur über die Wirtschaft, die da in Berlin entschieden wird, hat man sich beschwert. Und das Recht hat man sich herausgenommen. Die persönliche Freiheit, und das muss ich nochmal unterstreichen, war dann eben 1989. Wo jeder gesagt hat, ich bin auch etwas wert. Und jetzt sage ich, was ich will. Und das hat dann zu diesem Umschwung geführt. Ganz logisch. 1953, 1954 hat der Betrieb gegenüber seinem Verwaltungsgebäude den ersten Kindergarten gebaut mit in der DDR. Den Kindergarten. Wir hatten 70 Prozent Frauenanteil in unserer Verlegschaft. Die Frauen sind früh um 6 Uhr in den Kindergarten gegangen, ihren Blauen haben ihre Kinder abge... Entschuldigung, in den Kindergarten gebracht und sind an die Stickmaschine oder ins Büro. 16 Uhr hat man sich wieder geholt. Es war ein geordneter Kreislauf. Das hat nicht, in dem man blickt, nicht mit Freiheit. Das hat mit Großzügigkeit des Lebens zu tun. Sie hatten dann eben frei und konnten sich ihrer Arbeit widmen. Da hat sich keiner daran gestört. Keiner. Keiner. Und die Versorgung der Kinder dann im Kindergarten war optimal. Und wir hatten ja einen Arbeitskräftemangel in der DDR. Die Frauen waren gezwungen, auch um Geld zu verdienen für ihre Familien, haben die gerne mitgearbeitet. Wie gesagt, 70 Prozent meiner Belegschaft waren Frauen, 70 Prozent. Die an den Stickmaschinen standen, die in den Versandlhallen waren. Das waren Frauen, die haben dort gearbeitet. Und wenn man sagt, ja, ich hatte mehr Freiheit, das war das Regulatorium des Systems. Früh um sieben Arbeit bis 16 Uhr. Mehr hat man dann nicht getan. Man hat sich um seine Familien gekümmert. Und heute ist das schon teilweise schon anders. Heute geht es um Existenzen, ja, Arbeitslosigkeit etc. Das hat sich schon geändert. Das hat sich schon etwas geändert. Das merken die Menschen ja auch jetzt. Und man sagt ja, kommt ja im Fernsehen auch ab und zu, es war nicht alles schlecht in der DDR. Es war nicht alles schlecht. Sagen Sie mir bitte ein Gesellschaftssystem, wo alles funktioniert. Bitte. Sagen Sie mir das. Soziale Marktwirtschaft funktioniert doch auch nicht überall, oder? Wie viele Insolvenzen gibt es? Der Markt, wie heißt das so schön? Nachfrage reguliert Preis. Wenn viele Elektroautos bestellt werden, steigt der Preis. Stimmt das irgendwo? Freunde, alles hat seine Probleme. Überall gibt es Probleme. Oder liege ich da falsch? Ist alles Ordnung jetzt? Sind überall die Renten in Ordnung? Ist das Gesundheitswesen in Ordnung? Man könnte viele Dinge aufzählen, wo man sagt, auch hier stimmt es nicht. Hier muss irgendwie nachgebessert werden. Und dazu müssten eigentlich die Menschen auch bereit sein, lautstark etwas dafür zu tun, dass sich das verbessert. Wenn ich sehe, was mit dem Gesundheitswesen ringsherum gerade im ländlichen Raum ist, das geht nicht nur in Ostdeutschland so, das geht auch in alten Ländern so. Freunde, irgendwann muss hier etwas getan werden. Wenn die Leute drei Monate auf einen MRT-Termin warten müssen, dann funktioniert etwas nicht. Aber sie hatten Freiheit, weil sie mehr Freizeit hatten. So würde ich das betiteln. Junge Menschen müssen auch die Geschichte ihres Landes ihrer Eltern kennen. Wenn das nicht mehr funktioniert, zerbricht eine Gesellschaft. Sie müssen sich doch informieren, wie ihre Eltern gelebt haben oder ihre Großeltern gelebt haben. Um es besser zu machen. Um es, wenn möglich, besser zu machen. Und deshalb finde ich solche Veranstaltungen hervorragend. Wissen Sie, Plauen hat ja darum gekämpft, das Zukunftszentrum mit Leipzig zu bekommen. Das werden Sie ja alle wissen. Zukunftszentrum bleibt europäische Einheit und Transformation. Da war Plauen und Leipzig in der Arbeitsgruppe mit Jung, also mit Oberbürgermeister. Da fanden genau solche Gespräche statt. Genauso vor jungen Leuten. Aber hinterlässt es so tiefgreifende Dinge, dass Sie sich daran erinnern, dass Sie sagen, okay, der Stubenbrach hatte vielleicht recht oder nicht recht. Ich weiß nicht, wie die Jugendlichen das aufnehmen. Das war eine Diktatur. Man konnte nicht sagen, was man will, was man denkt. Da sieht man dann in seinen eigenen Stasi-Akten. Und für mich hat es dann mit Demokratie nichts zu tun. Es war aber nicht anders. Ich sagte ja, wenn einer mir gesagt hätte, dass ich 15 IMs, informelle Mitarbeiter hinter mir hier und meiner Familie habe, und ich konsterniert diese Unterlagen gelesen habe, dann können Sie sich eigentlich die Frage selbst beantworten. Es ist eine Katastrophe. Aber so etwas bekommt man im Nachgang, das schockiert. Aber irgendwann muss man das abstreifen, sonst hat man keine Zeit, etwas Neues aufzubauen. Und das war das. Ich kann Ihnen das zeigen. Ich habe das mit. Alles wie meine Frau, ich persönlich. Wenn ich mit Katja Eppstein, ich weiß nicht, wer Katja Eppstein kennt, das ist ein Begriff. Katja Eppstein, die war Stammkunde bei uns. Da bin ich im Ringhaus mit ihr, Arm in Arm, die Treppe runter. Da kam mir mein Generaldirektor entgegen. Da bin ich fast entlassen worden. Die war bei uns zu Hause, weil die Tarrakotta-Fan ist. Also so Tontöpfe. Wir haben so viele Leute. Wir haben uns einfach nichts daraus gemacht, weil wir gedacht haben, wir machen etwas Gutes. Und wir haben etwas Gutes gemacht. Aber dass diese fremden, diese feindliche, persönliche Art und Weise, Menschen wehzutun, denn es waren ja auch Menschen, die mir wehgetan haben, das verkraftest du ganz, ganz schlecht. Wirklich. Und wenn dir dann noch die engsten Freunde, die mit dir Bier getrunken haben oder gegrillt haben oder in Urlaub gefahren sind, dass die dann in deinen, ich habe mir extra die sogenannten Klarnamen geben lassen. Da musstest du noch mehr Geld bezahlen dafür. Aber ich habe alle Klarnamen, jeden einzelnen von 15 bis zum engsten Mitarbeiter und Freund. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das, ja, Gott, vielleicht habe ich die Frage beantwortet. Das waren inoffizielle Mitarbeiter. Und die standen unter dem Befehl des Ministeriums für Staatssicherheit. Und die hatten nur einen Grund. Aufzupassen, was du tust. Tust du es im Interesse der DDR oder bist du ein Staatsfeind? Und wer die Kontakte politisch hatte, wie ich zum Bräutigam zum Beispiel, zum ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Berlin, da warst du automatisch eine Person, der mal Schritt und Tritt hinterherlaufen musste, dass der keine Geheimnisse verrät oder freundschaftliche Kontakte aufbaut. Unvorstellbar so etwas. Unvorstellbar. Da saß bei mir im Messestand in Leipzig und gesagt, Herr Stubenbach oder Persie. Ich habe ein vollkommen neues DDR-Bild kennengelernt. Ich nehm mal eine Akte drin. Da sitzen Leute neben dir, die das aufnehmen, die das dann schreiben. Ich habe ein vollkommen neues DDR-Bild kennengelernt, weil das wirklich gute Sachen waren, was wir gemacht haben. Ich habe bis vor einem halben Jahr noch mit einem zusammenarbeiten müssen. Kein Don wird über meine Lippen kommen. Null. Null. Kein Don. Viele sind schon gestorben. Einige schon. Aber mit einem bis vor einem halben Jahr. Ich würde mir, ich würde das nie fertigbringen, einer solchen Menschen überhaupt darauf hin anzusprechen. Andere sind anders. Vielleicht ist das ein gewisser Stolz, das überstanden zu haben. Ihnen den hier gezeigt zu haben, den hier. Dass nichts gegen uns vorlag. Man immer wollte und immer wollte und wollte irgendetwas. Ich habe bei der Kampfgruppe zum Beispiel ein Wort gebildet. Da mussten wir lange warten. Wem Angeln zu hektisch ist, der geht zur Kampfgruppe. Also, wem Angeln zu hektisch ist, der geht zur Kampfgruppe. Militärstrafverfahren eröffnet gegen gefreiten Stubenrauch. Nur wegen so einem Scheiß. Weil man einen Scherz gemacht hat. Wenn sie das, was da los war, wenn der Kinder gab eine kleine Gruppe. Und der Ausspruch von meiner Person, der hier aufgenommen wurde, hat fast zum Militärverfahren gereicht. Wem Angeln zu hektisch ist, der geht zur Kampfgruppe. Das können Sie sich mal merken. Beschäftigt euch mal weiter mit der Geschichte. Es lohnt sich auf alle Fälle. Denn ihr bekommt alle mehr Kinder. Also ihr Männer nicht, aber die Frauen. Ihr müsst das auch ihren Kindern erzählen. Ich mache das wie zu Hause. Mein Enkelkind. Meine Tochter hat es noch miterlebt. Mein Enkelkind nicht. Doch, da ist 93 geboren. Da ist 93 geboren. Der fragt auch immer über. Erzähl mir doch mal. Wo habt ihr denn die VWs hergehabt? Wieso habt ihr denn, habt ihr denn permanent neue Stickmaschine aus Italien kaufen können? Der fragt nach. Und das solltet ihr alle auch tun. Immer nachfragen. Große Wünsche meiner Zeit an euch. Und das solltet ihr euch nicht. Es lohnt sich!